willkommen zurück da hatten wir doch relativ kläglich versagt da in der stadt ich glaube ich werde noch mal zurückgehen welchen rückweg finde es ist endlich gold das könnte gold seien mal einfach mal spickeln ich glaube doch das ist gold erz hey wir haben gold gefunden und ich war die ganze zeit daneben alles klar aber ja hier scheint ein bisschen mehr gold erz zu sein habe ich überhaupt platz ja ich habe noch ein bisschen platz ja schön das ganze gold her damit wenn gold gierig mit gold gierig wir brauchen nämlich endlich mal ein paar stahl waren die stahl waren diese kassert stuhl waren kassert kassert stahl inventar ist voll macht nicht das raus so das christliche gold hier mit wir lassen kein krümel hier übrig das sind kein krümel hier übrig wir nehmen alles mit haben wir alles glaube ja na sieht gut aus dann lassen wir noch mal zurück reisen ja also wie viel gold haben wir denn jetzt 38 da können wir ein bisschen was mit machen das komische ist ich bin ja eigentlich letzte folge mit euch darüber transpiriert beim einloggen war ich plötzlich hier mit guter rüstung macht nichts macht überhaupt nix ähm wir sind da das gold gefunden so lass uns mal hier kassert stahl waren machen okay wir haben jetzt mal gucken was haben wir alles gold erst einmal einlagern jawohl das ist alles voll das ist adamant haben wir nämlich gesammelt das können wir nochmal einpacken ok komm lass uns mal nach unten vor allem hier ne ich muss ja noch ne das keine leder finden wo ich das schon gut gebrauchen könnte ne aber gut vielleicht mit dem schlüssel ah warte mal vielleicht sogar schon einer fertig ja einer ist schon fertig da können wir nämlich mal die truhe öffnen vielleicht finden wir da drinnen was richtig gescheit naja die saat nicht das da das da das ist kristall wurflicht das ist ok diese gewürze nochmal hier die saat rausschmeißen ähm ja machen wir nochmal was zu essen hier nochmal ich mag diese kartoffeln die sind so saulecker ja und jetzt hauen wir da nochmal rein was haben wir eigentlich da für einen schlüssel einen orksschlüssel ah ja ja da wo ich es kaputt gemacht hab ne tjihihi ähm Metallteile da kommt jetzt gar nichts rein ne da kommt jetzt gar nichts rein soweit nein 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 mir kommt doch nur das da rein und eigentlich ne undienstlos Nackenstatue die behalte ich mal im Inventar genau und hier wollten wir den schlüssel machen balins schlüssel einmal herstellen genau dann können wir nämlich gucken mhm was haben wir hier noch warte ich hab noch da Metallteile schnell weg damit dann gucken wir mal in die Truhe von ah die äh Wurflicht macht Wurflicht mal hier wo hab ich eigentlich noch ne andere Truhe achso hier kasat Pfeile brauche ich an Barquarz hatte ich da oben in der Truhe hier dann lass uns mal gucken ähm tiefste Dunkelheit wir sollten vielleicht ein Nickerchen machen ja und dann gehen wir nochmal nach Marabul und die Truhe Balins Truhe öffnen oh nein okay warte hey 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 wow hab's noch so ne die Decken hier gleich oh oh alter ja die hauen mich hier gleich nieder ne das sind die Starken ja was sind die Halbstarken wie soll das denn machen wir machen wir alles kaputt kommt ihr mal zurück hier kommt immer her die hauen wir alles nieder nein kommt her ihr schweine ich werde euch alle killen gibt mir eine granate ich habe keine ausdauer werde sterben werde eiskalt sterben das sind viel zu starke ich bin hier draußen ist der uruch das ist so belagerung ist zu ende aber ich bin gleich tot ich habe nicht mal ein von euch gekillt ich habe nicht mal ein von euch gekillt alter alter schwede verzieht euch verzieht euch ihr schweine alter schwede das das weiß man weiß man bisschen heftig die haben auch hat meine kleidung kaputt gemacht ach so warte mal irgendwas ist hier noch alles gut alles gut wir haben ja mein boden kaputt gemacht die dreckigen dreck säure hier finde ich jetzt nicht nett ne halt dafür war mal eine spitzhacke so rum war das okay jetzt gehen wir kann man von masabuil da gehen wir jetzt mal rein wir werden jetzt die truhe öffnen schön schön so das hast du schön aufschließen so durchsuche zwergenbinge begib dich zum bereich der auf der karte markiert ist und suche nach einem bruchstück von durens axt balins gefolgschaft vermutete ein bruchstück von durens axt in einem haus in zwergenbinge ich befürchte dass die stadt in den vergangenen jahren von den orks überrannt worden ist ich hoffe aber dass noch niemand das bruchstück gefunden hat öffnen haben wir hier am band kassert stahlbaren harz war jetzt nicht das erhoffte was ich mir eigentlich erhofft hatte wir haben 24 eisenholz nee wir gehen mal gehen nochmal zu fußler der weg war glaube ich nicht weit warum sind hier orks ja ich weiß das ist ja zum glück nur nur ein ort und jetzt kein aber die sind echt gepanzert jawohl alter verfeilt die machen mich fertig das sind noch mal goblins da ist das suchgebiet in 100 metern genau aber jetzt mal kurz das ausreicht meine holzen keine ahnung ja wenn ich auch noch mal treffen würde ne staub über staub getroffen ich glaube meine pfeil bolzen werden nicht ausreichend für den kerl ne deswegen bin ich da letztens nicht lang gelaufen weil da ein blöser böser troll war ja das war's okay 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 alles klar treu kämpfe bitte nicht die treu kämpfe sind doch ein bisschen hart aber da läuft er gerade weg ja da kommt er wieder da kommt er wieder lauf lauf ob ich an dem auch vorbeikommen oder mal das nach hinten sind ja 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 noch mal blöder verdammter or und nein jetzt hat er auch noch leute gerufen wollte nicht lieber da hinten mit dem troll kämpfen ja also hier wird es echt fies ne also hier in zwergen bringen wird es echt fies muss ich ganz ehrlich sagen das ist mehr als fies darf mal wie auch schon genug auch auch hier boah wahnsinn ey ich werde echt berückt warte mal kann ich mich hier irgendwie kurz rein gold du siehst mich nicht er sieht mich er sieht mich rein da rein da du dich rein noch mal bisschen gold schön 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 aber jetzt schon mal abgelassen schön gold schön gold okay hab wieder ein bisschen du brauchst mich gar nicht so anzugucken guck dir mal die bösen augen an was guckst du guckst du okay weg Darf weitergehen. Hier gibt es nichts umsonst. Hier ist kein Zwerg. Geh. Nein, ein bisschen falsch in die Richtung, junger Mann. Da wollte ich lang. Hm? Könntest du in die andere Richtung, da hinten? So um die Statue einmal rum? Oh, jetzt. Durch Adamin durch. Adaman durchhauen, ne? Ah ja, ah ja. Puddel mich hier einfach durch. Hier ist noch mehr Gold. Hier fängst du das ganze Gold. Edgy Bad. Was? So. Schön gefährlicher Troll. Der mir das Leben hier echt schwerer macht. Ach, die sind gerade bei dem Troll zu kämpfen, die Wölfe. Alles klar. Oder auch nicht. Ich bin gar nicht da. Guck mal, ich bin weg. Du siehst mich nicht mehr. Wo komme ich eigentlich hier hin? Ja, hallo. Von einem Arsch zum anderen Arsch, ne? Wo ein Ort ist das meist auch noch ein zweiter. Hm, mehr. Das haben wir hier. Ah, da muss Nackenstatue. Also mal gucken. Hier sind bestimmt noch mehr Orks oder so. Oh, eine Truhe. Jetzt haben wir da. Zwergen bingen. Alles klar. Damit packen wir ein. Das war da drüben. Genau. Auf der anderen Seite. Ah. Warte mal, das Stoffbeste schmeißt ich gleich raus. Das behalte ich alles. Metallteile raus. Leder. Ja, Adamant. Eisenholz. Eisenholz. Diese Runen. Ein Zauberer sucht noch trying. Dann da. Okay. Da geht's auch noch irgendwo hin. Da ist noch mehr Gold. Aber erstmal suche ich mal kurz hier was ab. Hier ist gar nichts. Nämlich nochmal weiter nach Eisenholz, ne? Da ist nochmal so ein Ork. Guck mal, ich kann Feuer machen. Hier ist alles voller Schatten. Warte, ich komm. Oh, der war gut. Der war gut. Der ging ja schnell. War da vielleicht schon ein bisschen angekratzt? Noch mehr Eisenholz. Holzstücke. Machen wir mal mit. Jetzt war ich im Schatten. Da sehe ich Schatten rauskommt. Haben wir hier. Ja, einen kleinen Durchgang. Okay, warte mal. Da ist zwar Schatten. Aber wir können ja auch ein bisschen nach oben gehen. Aber erstmal mach ich das mal kaputt. Guck mal, wir hauen einfach mal hier drauf. Dann gehen wir mal über den Schatten. Wow, hier ist aber sehr viel Schatten, ne? Was ist da auch hier an? Äh? Da, 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 da. Eine Horde naht? Oh, wieso naht denn jetzt hier eine Horde? Oh, nee, oder? Da hab ich ja mal gar keinen Bock drauf. Vor allem mit meiner kaputten Rüstung. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Perfekt. Ah, wir müssen gucken. Werde es hier oben ausharren. Solange ich kann. Die Horde. Oh, ich glaube, hier werde ich es nicht lange ausharren können. Jetzt ist es ein verdammter Org hier. Ich weiß. Oh, scheiße. Das wird nix. Das wird nix. Oh, das war knapp. Oh, noch einer von diesen Orgs. Oh, scheiße. Ich kann und will hier nicht sterben. Wir müssen hier ein bisschen weglaufen. Oh, mein Gott. So, Horde. Hau ab. Verschwinde. Wir haben keine Zeit für dich. Wow. Da schießen sie alle. Mitten bei der Erkundung der Horde. Ich glaube, ich piekste Hintern. Ja, vor allem, guck mal, ist alles kaputt. Und ich bin auch ziemlich erschöpft. Ich bin auch ziemlich erschöpft. So, Horde, kannst du verschwinden? Ich muss, glaube ich, doch nochmal wieder zurück mir nochmal alles heile reparieren lassen. Machen. Tun. Huh. Wo muss ich denn durch? Da hinten irgendwo, ne? Monsters in the air. Ja. Uiuiui, hallo. Schießt doch nicht hier alles nieder. Vielleicht einfach mehr ohne Ausdauer ist ein bisschen schlecht, ne? Da. Da muss ich durch. Da sind mit der Troll. Hallo, Troll. Ich bringe dir was mit. Ich bringe dir was mit zu tun. Kann sich an den Auslassen, aber nicht an mich. Au. Aaaaaaah. Die bestialische Bestie, die last aber auch nicht locker, ne? Nee, irgendwie überhaupt nicht. Ey, mein Goblins, kein Problem. Boah. 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 Da haben sie echt überlebt, ne? Noch gerade zu eben. Die Fackel ist erloschen. Wird neu gebaut. Da ist mein, da ist mein kleines Lager. So. Ich hab ja jetzt wieder... Da. Restaurieren. Eins fehlt mir noch. Eins fehlt mir noch. Die hatten wir schon geöffnet, ne? Ja, die hatten wir schon geöffnet. Okay, gut. Das war's dann für heute. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.